hallo und herzlich willkommen zu einem neuen lernvideo und zwar soll es heute um die anwendung gehen und dafür zeige ich schon mal hier das kompetenzblatt also wir haben schon eine ganze menge geschafft eigentlich so gut wie alles schon und sind jetzt hier bei dem thema spezielle gleichungstypen angelangt er hat jetzt schon das video geschaut zu speziellen gleichungstypen auch schon mal noch ein übungsvideo woher die aufgaben selbst gerechnet habt und da machen wir jetzt weiter das gibt es auch schon gelöst und was wir jetzt weitermachen ist jetzt hier also als erstes sollte er noch mal hier so selbstkontrolle aufgaben lösen zu den speziellen gleichungstypen und dann jeweils eine aufgabe zu den einzelnen gleichungstypen die er wieder hochladet und zwar ist das die 110 4 und dann hier jeweils aus der aufgabe jeweils eine aufgabe also bin ich alles machen sondern eine aufgabe reicht dann sehe ich ob er das gut lösen könnt oder nicht und dann geht es jetzt weiter ich werde ein bisschen was erklären wie man bei anwendungen vorgeht im prinzip wisst ihr das auch schon wir fassen es bloß noch mal zusammen und dann guckt ihr bitte noch mal ein beispiel ja also ich sage jetzt einfach ein beispiel und ihr löst dann einfach mal ein beispiel anhand dieses videos also am besten die das video hier dann anschauen kurz stoppen und versuchen das beispiel selber zu lösen man kann sich das einfach nur anschauen aber das ist natürlich nicht so effektiv wenn man es selber probiert also ungefähr bis der ja nur 20 prozent effektiv wenn man es anschaut und 100 prozent wollen wir natürlich erreichen und genau da sind wir eigentlich im prinzip mit den anwendungen fast schon durch und wenn wir dann in die präsenzphase wieder gehen dann gibt es noch paar aufgaben werden auch noch ein gruppen rallye machen und jetzt geht es aber erst mal weiter mit den anwendungen ich zeige ein beispiel und dann sind wir schon fertig und hier ist auch schon das beispiel bin ich wundern ich habe das aus dem buch kopiert deswegen ist krumm nach schräg aber ich denke man kann es trotzdem erkennen also wir haben als beispiel eine textaufgabe und ich will jetzt mal die einzelnen schritte durchgehen die man am besten vornimmt man muss nicht immer alle schritte gehen aber wenn man das noch nicht so gut kann dann sollte man vielleicht die ganzen schritte einzeln befolgen also ein vater ist 43 jahre als eine tochter ist 14 jahre alt und nach wie vielen jahren wird der vater doppelt so alt sein wie die tochter also das ist die aufgabe und den ersten schritt den man da immer macht ist eine variable einzuführen also was nehmen wir hier was könnten wir nehmen wir können sagen x und x element n man hat ja immer nur volle jahre ja man kann natürlich sagen 43 und halb jahre das macht man aber nicht man sagt immer die vollen jahre und in x jahren wird der vater doppelt so alt sein wie seine tochter das ist auch die fragestellung nach wie vielen jahren wird der vater doppelt so alt sein also x ist im prinzip die lösung die wir suchen als zweiten schritt stellen wir die termen auf wie gesagt man muss diese termen nicht immer so in der tabelle aufstellen ja bei jeder sachaufgabe man kann es auch einfach hinschreiben dann und vielleicht lösen aber wenn man es noch nicht so gut kann ist es vielleicht ganz gut sich das mal klar zu machen also wir haben jetzt hier und zwar in x jahren das ist gesucht und heute wir haben sozusagen zwei zeitpunkte und die tochter ist 14 der vater ist 43 jetzt nach so dem gegenwart in der und in x jahren werden die beiden natürlich altern die sozusagen natürlich gleich schnell ja also sie hat dann 14 plus x jahre also x jahre mehr und der vater natürlich genauso 43 bis x so und dann müssen wir noch berücksichtigen was ja noch drin steht der vater soll doppelt so alt sein und das machen wir indem wir den dritten schritt auf sozusagen lösen und die gleichung aufstellen und die gleichung lösen also wir haben jetzt hier das alter der tochter ist eben 14 in x jahren also 14 plus x und die 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 das alter der tochter mal zwei ist sozusagen dann der das alter des vaters in x jahren also heute ist der 43 und in x jahren ist natürlich 43 plus x das ist unsere gleichung und die gleichung könnte natürlich alle lösen ihr wisst wie das geht das sind wieder äquivalenz umformungen wir beginnen mit dem ersten schritt indem wir hier das distributivgesetz anwenden 2 mal 14 plus 2 mal x sind 28 plus 2 x und hier die rechte seite bleibt gleich und dann gilt die alte regel sozusagen x auf die eine seite und zahlen auf einer anderen seite nennt man variablen isolieren und das machen wir indem wir jetzt hier das x wollen wir loswerden hier das plus x also rechnen wir minus x dann haben wir 28 plus x gleich 43 dann wollen wir hier die 28 loswerden also minus 28 und dann haben wir schon x gleich 15 dastehen und damit können wir das ganze natürlich mal überprüfen am text was der vierte schritt ist also wir haben ja ein alter der tochter 14 plus 15 jahre sind 29 okay in der zukunft sozusagen und der alter des vaters nach 15 jahren 43 bis 15 58 und dann überlegen wir 58 ist 2 mal 29 ist eine wahre aussage passt also wir haben die richtige lösung gefunden nach also haben die probe gemacht und dann brauchen wir im fünften schritt nur noch die antwort den antwort satz der wird natürlich bei einer sachaufgabe immer dazu unterschreiben wir einfach in 15 jahren ist der vater doppelt so alt wie seine tochter oder so ähnlich also muss ja nicht genau den nehmen und dann hat man die aus aufgabe gelöst also das sind die einzelnen schritte jetzt bitte mal das zweite video schauen vom kompetenzplatt also die das video sozusagen das ganz ganz rechts steht und die das beispiel mal selber rechnen ja also muss ich mal selber probieren und dann gab es auf dem kompetenzplatt noch ein zweites video in dieser in dem für die letzte kompetenz das ist freiwillig das könnt ihr euch anschauen das ist noch mal eine beispiel aufgabe wenn ihr wollt das müsst ihr aber nicht anschauen okay gut und wer sich das beispiel noch mal im lehrbuch nachlesen will kann das gern tun auf der seite 103 das war's von mir und ich sage tschüss bis zum nächsten mal